hi leute und weiter geht es mit einer weiteren folge minecraft sky factory 3 also ich habe jetzt nachgeschaut wie wir ins end kommen dazu brauchen wir den end cake das ist dieser hier wenn wir den haben dann können wir mit dem seiner hilfe ins end reißen aber vorher möchte ich noch mein schwert aufrüsten dazu hole ich mir jetzt mal ein paar solche quartz blöcke die lege ich hier mit rein das schwert dann kann ich das schaden es geben du doch noch mehr attack damage hat gerade waren es irgendwas mit 18 jetzt bin schon bei 21 7 23 24 okay der braucht echt ziemlich viel davon aber zum glück stellen wir das ja unendlich her haben wir mal wie viel haben wir jetzt zusammen das ist jetzt wieder klar dass maximale scharpen ist was wir machen können 26 ok gut dann kommen hier die quats blöcke noch mal wieder rein das wird aufgeteilt das ist ja in der ding drin ok das passt dann schon einmal dann bräuchten wir noch da ein bogen würde ich sagen da sind wir noch trauen oder schauen wir doch mal wo die einzig gescheiden werden dann die hier und die zu bauen dauert noch ok dann versuchen wir es einfach mal so dann brauche ich noch ein paar ender perlen als erstes und einen kuchen einen kuchen habe ich zum glück dann brauchen nicht ender perlen sondern ender ei das sind die hier 8 müssten es sein dann habe ich dann habe ich jetzt den kuchen wenn wir den platzieren ist das bloß so ein kleines stück und den können wir jetzt ganz machen ich weiß jetzt nicht wie viel wir brauchen ok wir brauchen noch ein paar ein oder zwei stück auf jeden fall machen wir mal einen ok das reicht jetzt wenn man rechtsklick drauf macht geht wieder ein stück weg und dann reist man dadurch halt ins end ok und jetzt müssen wir den drachen besiegen damit ich wieder zurückkomme und vorher die ganzen ok ich hätte vielleicht doch ein ding mitnehmen sollen wenn ich draufhau dann werde ich nicht ganz so extrem verletzt wie ich dachte ich dachte das ist schwierig schlimmer ok und deswegen habe ich die spitzhacke dabei weil hier muss ich da innen rein jedes mal oh dann hier gehen hier hier rüben noch das teil kriegt man ja wusste überhaupt einen schaden ja schon und das müsste der letzte gewesen sein oder ja dann können wir jetzt hergehen und den drachen töten das sollte einigermaßen gehen durch unser speed und alles was wir haben außer wenn er mich die ganze zeit wieder weg schiebt klappt damit sich immer von vorne ranfliegen damit ich den verletzen kann oder so oh man du bleibst jetzt da Mist jetzt hat er mich weggeschoben das ist nicht schön jetzt muss ich wieder hinterher fliegen aber zumindest kann er sich ja schon mal nicht teilen ach komm bleib hier kein einzigen treffer will er mich jetzt verarschen aber dafür haut er die ganze zeit die enderman runter jetzt fliegt er wieder dahin das drückt sich gut dann können wir ihn jetzt wieder ein gutes stück verletzen ok und jetzt müssen wir wieder hin und dann bloß schauen dass wir auch das ganze zeug einsammeln das er fallen lässt vor allem das drachen hier ich komme ja nur nicht mal ran an den jetzt hat das hat der für ne hitbox äh da sind ja noch 5 blöcke dazwischen was soll denn der schwarzen was soll denn der schwarzen alter komm jetzt hat und nochmal drauf das ist sehr krass das ist sehr krass jetzt ist mir was eingefallen wir hätten von Tinkers Konstock den Kostbau machen können dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon lange ich bin ja noch nicht mal ansatzweise dran werde aber schon wieder von der Hitbox getroffen das ist doch und wegschoben von dem na jetzt hat jetzt könnte er uns den schaffe ich jetzt dieses mal wenn ich ihn treffe und da ist er weg und so auch hier drüber das heißt das meiste landet auch hier drauf das ist ja auch schon mal was dann haben wir da irgendwo das Herz das möchte ich natürlich auch haben das Draconium das brauchen wir eigentlich nicht den können wir irgendwie anders noch herstellen und das Ei klickst äh zu Hedging ich glaube das lasse ich jetzt erst noch da liegen oder na klicken wir es an und schieben es runter dann fällt es hier durch dann haben wir den End Screen können wir überspringen haben wir auch ein Archivement bekommen und landen jetzt hier und irgendwo sollte auch unser Drachenei sein jetzt hat normalerweise äh wo ist das liegt das hier irgendwo das wäre jetzt der Hammer wenn das scheiß Ei weg wäre na da ist hier liegt das wenn man oben schaut dann hat das jetzt Next Stage in 20 Minuten und ausgewachsen ist in einer Stunde das hier brauchen wir nicht das nicht nein nein den Rest möchte ich aber hierher hier das alles da mit rein das Archivement Book wir waren im End haben den Drachen getötet und Collect Dragons Brief Dragon ich habe keine Ahnung was wie man das kriegt gut und zu den Städten müssen wir auch noch End City und das Dragon Egg das wird ja gerade ausgebildet ok dann machen wir doch das hier noch und gehen in so eine Endstadt und ich nehme mal so ein Ding mit wie heißt das so eine Glasflasche einfach habe ich da nicht sogar noch welche na die glaube ich werden so hergestellt oder ja schauen wir doch mal vielleicht können wir auch irgend so wie heißt das Dragons Brief mitnehmen falls wir irgendwas finden ups fast hätte ich es angeschaut das müsste das hier sein oder man bekommt zwar Schaden aber ich kann es nicht mitnehmen so das wird dann wahrscheinlich irgendwie anders funktionieren gut dann setze ich hier auf jeden Fall meinen Wegpunkt New Home Save Close und dann fliegen wir einfach mal in eine Richtung und schauen ob wir irgendwo eine Endstadt oder sowas finden das brauchen wir ja auch noch das brauchen wir ja auch noch aber es sieht irgendwie so aus da das ja eine Void Welt ist das hier nichts ist oder komisch fliegen wir mal in die Richtung ja das ist schon auf Minimum ja ist ja nirgends um ansatzweise eine Insel oder sonst was hm das ist komisch das ist also komisch eigentlich sollte da irgendwo doch was sein Und hier ist es was ein Komet also es wird auf jeden Fall etwas generiert Hier ist bloß so ein Komet Dann schauen wir mal weiter Vielleicht kommt ja noch irgendwo etwas Dass ich halt ausgerechnet in die falsche Richtung geflogen bin Okay Fliegen wir hier noch runter Das sieht jetzt aber irgendwie nicht so aus Das würde da noch was kommen Na Das war jetzt doch ein ganz schönes Stück Aber hier bloß den einen Kometen Dann fliegen wir noch mal halt Richtung Süden Vielleicht kommt da irgendwas Ja aber die Lytera oder so brauchen wir eigentlich eh nicht Wir können ja eh schon fliegen Und kann ja ich nichts für, dass wir die nicht abschließen können Die zwei Sachen, wenn es nichts generiert wird Na gut, dann fliegen wir wieder zurück Na das dauert ja nicht mehr allzu lang Nur noch knapp 300 Meter Was ist das hier? Was ist das? Das ist so ein Ding Warte, ich brauche einen Enderman Hier drüben Da würde ich an eine Enderperle rankommen Ich will keinen Kopf Ich will eine Perle Jetzt hat die hier wohl dich Wenn wir jetzt glaube ich die Enderperle da durchwerfen Dann können wir uns damit zurück teleportieren, oder? Oder wir landen hier hinten auf einer kleinen Insel Mit einer Ender-Lily-Seed Okay, gut Dann muss ich jetzt wieder zurückfliegen Okay, ich habe mir jetzt noch eine Enderperle besorgt Weil diesmal haben wir glaube ich Beim ersten Mal haben wir in diese Richtung geschaut Und die haben wir uns ja auch dann teleportiert Also schaue ich diesmal in diese Richtung Mal schauen, ob wir dann in die Richtung teleportiert werden Na, man kommt wieder an derselben Stelle raus Okay Wäre glaube ich zu schön gewesen Aber hier ist jetzt noch eins Komm, ich über den hätte ich wieder zurückgekommen, oder wie? Der braucht ja noch eine Zeit lang Mist Ja gut, dann muss ich nochmal kurz zurückfliegen Und holen wir nochmal eine Enderperle Ja gut, dann können wir heuteher ok jetzt habe ich vier enderperlen jetzt probieren wir das noch mal die erste hier rein dann landen wir hier dann habe ich hier noch eins wenn ich jetzt hier durchwerfen lande ich wieder hier klasse das talentiert sich ja voll also dass ich immer tausend blöcke oder so hin und her teleportiert wird aber das war's ok genau die kante getroffen ok eigentlich wollte ich ja durch dann schauen wir doch mal wie sieht es bei dem drachenei aus braucht noch ein paar minuten das thema dann im nächsten teil gut dann war es das wieder mit dieser folge wenn sie euch gefallen hat lasst bitte einen daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten mal